Norddeutscher Rundfunk 2021 Servus! Guten Morgen! Grüß dich! Ich möchte kurz unsere Spielregeln erklären. Es geht darum, Liedtexte weiterzureichen. Vier von euch tragen Kopfhörer. Dem ersten Mitspieler zeige ich einen Titel. Der tippt den Nachbarn an. Kopfhörer runter, Erklärung des Begriffs ohne zu singen und ohne Wörter aus dem Titel zu benutzen. Ihr dürft euch nicht wiederholen. Wenn es wiederholt gibt ... Bist du streng? Ja, ich bin streng. Das Ganze muss den fünf Wachskluppern reichen. Die Runde ist beendet, wenn hinten am Schluss der richtige Titel erraten wurde. Du kommst dann wieder rüber und es fängt von vorne an. Klingt ein bisschen kompliziert, ist es aber nicht. Von dem her würde ich sagen, bitteschön setzt mir schon euer Kopfhörer auf. Ich bin nervös. Bist du nervös, gell? Ja, okay. Hören die nichts? Hallo? Die hören nichts mehr. So, der erste Song. Okay. Okay, das macht so und das kann stechen. Die Biene Maja. Eine Kindersendung im Fernsehen. Ganz bekannte Melodie, gibt es schon sehr lange. Die Sendung mit der Maus? Nein, mit einem Wesen, das fliegt. Ah, Biene Maja. Ähm. Okay. Sum, Sum und ähm. Biene Maja. Ja! Naja, lass mal mal so durchgehen. Also ähm. Es fliegt in der Luft rum und ist ganz klein, gelb. Gelb, ganz klein, es kann stechen. Eine Biene. Biene Maja. Sehr gut. Ich lass das mal durchgehen. Ich lass mal durchgehen. So, nächster Titel. Ja, komm. Ja, geil. Du, 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 du. Ja, was? Ein Känguru. Känguru. Es kann hüpfen, kommt aus Australien. Känguru. Ja! Naja, es ist ein Tier, ein Beuteltier. Ja, ein Känguru! Ja, der war gut. Der war aber auch leicht, ne? Also, wie geht's eigentlich dem Känguru? Ja, dem geht's sehr gut. Das hüpft immer noch. So, die hören bitte nix mehr. Wunderbar, nächste. Wenn du völlig außer dir bist und aufgeregt, aufgeregt und pumpst, du pumpst. Blut, Herzrat. Eine blonde Sängerin singt es doch. Mein Herz frennt. Nein! Die blonde Sängerin... Nein! Helene Fischer. Ja, atemlos! Ja! Gott sei Dank! Hätt ich grad sagen können, oder? Oh! Oh! Darfst du singen? Ist ja wurscht! Darf ich singen? Atemlos! Darf ich singen? Darf ich singen? Darf ich nicht singen? Ähm, das ist eine hübsche Frau mit blonden Haaren, sehr erfolgreich in Deutschland. Helene Fischer. Ja, genau. Atemlos! Ja, genau. Wenn ich keine Luft mehr kriege, dann bin ich... Atemlos! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ihr habt's gewonnen. Also gewonnen. Ging ja um nix. Kannst wieder runter machen. So, jetzt. Wunderbar. Also ich hab ein paar Mal ein bissl was durchgehen lassen, aber hat Spaß gemacht. Danke. Sehr lustig. Schön, dass ihr wieder mal zu Gast seid. Seid zwei immer wieder Sonntags. Ich darf euch schon mal ein bisschen rüber zu gehen auf...